Hey Leute was geht, wir kommen damit zu einem neuen und zugleich letzten Part, einfach weil es immer dasselbe ist, von The Higher Lower Game. So Stan ist auch da, ich dachte, zur Feier des letzten Partes laden wir Stan. Das ist ein Lieblingsspiel. Okay ist es nicht, aber ich dachte mir kommen, er kann auch das Spiel helfen. So, wir machen das einfach gleichzeitig zusammen. Was meinst du, ist Elektrian oder Sexpulrissen? Mit Gummibärs einfach mal. Haja. So. War klar. So, oder Dubai, ich glaub Dubai ist fast weniger. What the fuck, Dubai wird mehr als 6 Puzzeln, Alter. Das sieht man wie verdummt die Mänzator heutzutage ist, das wisst ihr, die wird nicht gesucht. Ist immer so. Lass mich hier nicht, ich will hier nicht. Okay. Was hat mehr? Ja. Wir haben die Wahl zwischen Chocolate Cake und Master Rival, ich denke, genau. Fuck, ich hab's falsch gedrückt. Du kannst einfach reden. Scheiße. Oh. Kann mal passieren. Kann mal passieren mit meiner Schiene, ja. Denk ich mir auch. So, also ich, 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 ich drehe mich nur noch kurz um, sonst kann ich mehr reden. Ja, nie, war ich zwischen Mark Zuckerberg, der, ja, ja, ich, das... ich sag mir ja. Ja, deutlich. Wer Mark Zuckerberg nicht kennt, das ist der Typ, der Face... Twitter, äh, Facebook gemacht hat. Sorry, my God. Leicht auf den Schlauch. Facebook war der Typ. So, Pink Panther. Don, es ist Donald. Trump, Trump! Ja, ja, Donald Trump. Das ist der Querschläger Trump, Trump! Benjamin Franklin, wer ist denn? Wer ist der? Benjamin Franklin, ist ein Amerikaner, Gründer. Stimmt. Ja, die... Einer. Ein, also, amerikanischer Präsident. Okay. So, das haben wir den M-M-M-er, Dicken-Dubner, ziemlich besser Freunde heißt der Film, der wird weniger, aber ist ein schöner Film. Kann ich mal, kann es anraten, könnt ihr gerne sehen. Crossfit mehr, ja. Du bist die Hand dabei. Ja, Quai, IT. Das Set-Type, klar mehr. Ja, natürlich. Nein! Was? Wie will ich denn, Google, Alter? Und der sieht wohl aus. So wie du, bis jetzt. So, schlack dich gleich. John Cena, John Cena, John Cena, natürlich mehr. Ja, zur Sinne veranstalten. Wieso, also, darum, äh, gleich viel. Gleich viel. Fuck, ich kann einfach mal, ob es falsch läuft bei mir. Sag, du kannst auch mit der Maus machen. Mach du mit der Maus halt. Keine Ahnung. Ja, dann mach du Golf. Du sagst, und ich drüber. Höher. Höchstisch. Na ja, ja, ja. Höchstisch. Tiefer. Tiefer. Es wird ein bisschen weniger, was eigentlich gesucht. Ja, ein bisschen. Ein bisschen weniger. Mach survival. Was war das nochmal? Nein, warte. Warte. Jetzt werde ich vergessen, was es war. Ich glaube, es war weniger. Ja. Deutig. Eindeutig. Ha. Der hier ist so wie... Eindeutig. Handismus. Mehr würde ich sagen. Hinduismus, du Spuchtel. Was? Alter. Warum der Hinduismus nur so wenig? Hier, mach du mal weiter. Ich komm dir her. So, ich seh's nur so halb, was den Augenwinkel. Quarta gegen House of Cards. Ha. Was? Unser Highscore ist 15. Achso. Ne. Ja, das ist 16. Aber jetzt sieht man, dass ein Highscore ist 15. Emorates. Emorates weniger. Ich hätte es gesagt. Ja. Ah. So, Bad Simpson. Safe Mehr. Da ist er einer der beliebtesten Figuren. Ja. Ja. Bisschen. Aldi auch mehr. Hier mehr. Alter, wie oft Aldi einfach gegoogelt wird. Mehr als DC Land. Würde ich behaupten. Ob das stimmt? Ja. Ja. So. HSBC. Das kennen wir nicht. Also wir zahlen jetzt selbst weniger. Nein. Was? Warum so oft? Alter, ich möchte jetzt sagen, was ist HBSC? H-B-S-C. H-B-S-C. Da sehen wir's. Das ist es. Das ist die World Bank. I know. So. Die Weltbank. Weiter geht's. Wie oft Weltbank gegoogelt wird. Weltbank. Was für Weltbank, man. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir hier auf Laden im App Store gekommen. Jetzt gehen wir auf View in iTunes, obwohl wir hier ein Nicht-iMac haben. Macht rein einfach. Ja, wir schließen es jetzt weiter geht's. Empire State Bullying gegen 2020. 2020. 2020. Ich sage... Haja. Aha. Wollen wir das zu wenig? Gut. Was bei Astaunen wie esst, wie wenig was gegoolt wird? Restaurant. Mehr. Mach. Restaurant googelt jeder irgendwie, saft mal mindestens einmal am Tag. Einmal am Tag? Ja, jeder tut einem am Tag. Neuer Rekord. Elf Millionen. Weniger. Ja, ja. Ziele hatten wir inzwischen. So, nur langsam kommen die selben wieder. Wenn du was kleines isst. Weniger. Ja, ja. Ich glaube... Wow. So, der fällt schon auf die Fresse. Jetzt habe ich in meinem letzten Part schon bemängelt. Da habe ich ihm erklärt, dass er wenigstens besser auf die Fresse fallen kann. Wenn ihr euch erinnert. Take the snake versus... Na, macht mal weiter. Das ist gar nicht Johansons. Wie logisch. Ja, ich werde jetzt mal kurz aufs Örzen gehen. Du tust währenddessen kommentieren. Nein, tue ich nicht. Egal. Punkt, Stille. Dein Maul. Bring wenigstens mit Trinken mit. Ich jetzt geht's. So, Wahldienstday ist sicherlich mehr. Bring mein Trinken mit. Immer noch. Dann Tony ist weniger. Santorino. Ja, okay. Ich weiß. Na, dann macht mal weiter. Ist wohl was mit Trinken. Aber, na. Bring was mit. Bring was mit. Bra. Ja. Eben. Passt. Jetzt wird's noch so wenig. Hier ist Daniel. Trump! Kramp! Das ist der Querschläger. Trump! Kramp! Ja, wahrscheinlich. Was? Was? Was geht bei der Menschen schief? Was geht schief? Was geht schief? Als ob. Fuck was. Fuck was? Fuck was, ik hatte banda ... in's. Paffee. Paffee bestemann. Paffee war. Paffee war, woman. Opaaj. Paffee dwarfen, man. Paffee. Meera! Was? Bruh! Kom! Seid! Ich bin so! 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 Wir werden jetzt wohl... Wir müssen jetzt einkaufen, aber sonst fällt es nicht mehr inbekommen. Wir können das hier einfach mal pulsieren, und können dann noch weiter aufnehmen. Wir lassen es hier einfach alles schließen. Ja, liebe Leute! Wir werden jetzt hier das letzte Part von Aaya Lower Grae bald beenden. Wir haben jetzt hier die Wahl zwischen Kontra, Käpt'n und Lipo... Depos... Was ist denn das? Google mal das doch einfach mal! Ja, denn! Hallo! Was? Du kannst nur den Namen sagen, was nicht gesagt können, wie das ist. Ah, ne, ne, das ist kein Name, das ist... Irgendwas ganz komisches, das ist... Eglis ist. Ein Blick und sagt, es wird auch da gegoogelt. Ich küsse jetzt, was halt ich verpickst, weil das nicht jugendfrei ist, was man nicht sieht. Aber ja, ich sag immer mal öfter. Donald Trump, ja ja, der ist hier ein neuer Spitzenreiter. Leo Tolstoi... Tolstoi... Ja... So, das wird meine Gutes aufmachen. Stone Mason... Stone Mason... Stone Mason... Leo Tolstoi gegen Stone Mason. Und dann... Ich kann aber nicht... C-Stuwe-Welt... Das ist richtig. Hör... Wo ich nacken... Boah... Das ist weniger... Boah... Oh, sehr mit der Abschrift... Immerhin, ichesse, ein Skorwerwerksgefrau... Und... Hm, an die erste an die leute das war es für heute wir sehen uns das nächste mal wieder aber nicht zu heuerndauer weil das das letzte Video war ihr wisst bis heute und könnt mein Mikro das tut sich grad effektiv ab macht gut bis zum nächsten Mal